Trainings-Impressionen. Stedinger und Gerd Sosat. Der dunkelbraunen Nobelmann von Sandro Hitt, den Gerd Sosat aus der Bold Fantasy von Landadel gezogen hat, führt im weiteren Pedigree den bewährten Futuro sowie den Vollblüter Adonis. Die mit der Verbandsprämie ausgezeichnete Bold Fantasy ist zudem Mutter des gekürten Donninger und rechte Schwester zum Prämienhengst Lamar. Stedinger verließ die Oldenburger Körung 2002 als Siegerhengst, legte einen ausgezeichneten 30-Tage-Test ab und stand auch bei der Leistungsprüfung in vorderster Front. Seine Fohlen sind begehrt und erzielten auf diversen Auktionen Spitzenpreise. Seine Tochter Sinfonie war Siegerfohlen beim Deutschen Fohlenschampionat. Stedinger, der sich als vielseitiges Reitpferd mit hohen Rittigkeitswerten und einer ausgefeilten Technik am Sprung auszeichnet, gehört zu den meistfrequentierten Hengsten Deutschlands. 2004 erhielt er die 1b Hauptprämie aufgrund seiner Eigenleistung und überragender Nachzucht. Aus seinem ersten Chörjahrgang stellte Stedinger sensationell den Siegerhengst der Oldenburger Körung 2006. Die gezielte Dressur-Ausbildung genommen wurde, ganz getreu dem Motto der Hengstation von Gerd Sosat, Zucht und Sport an einem Ort. Wir sind zu Gast auf der Anlage von Meistertrainer Wolfram Wittig im westfälischen Raden und beobachten das Training von Stedinger, der von seiner Entfaltet sich das enorme Bewegungstalent von Stedinger Mustergültig, der sich 2005 beim Bundesschampionat der fünfjährigen Dressurpferde erfolgreich mit den Besten des Landesmals. Wir treiben und die Züge rauslassen langsam. So dass er sich ganz lang machen kann. Gut. Seid ihr fertig? Ja. 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 Vielen Dank.